So, da sind wir auch schon wieder. Diesmal war allerdings nicht mehr live, weil irgendwie hat das gerade nicht funktioniert. Deswegen machen wir jetzt noch eine Folge einfach nur so und werden uns erstmal nicht einig, wie wir diese Dinge bauen. Wir könnten natürlich einfach uns da oben auf diese Insel hochbauen und von da aus irgendwas machen. Ja, ist aber voll weit weg. Das ist wahr. Aber dann nerven die Schleimf's vielleicht auch nicht mehr. Haben wir nicht, äh, ach, wir hatten doch so Items, mit denen man kurzzeitig kreativ fliegen kann, ne? Aber die sind nicht, weil der Server auf nicht fliegen steht, kriegen wir die nicht benutzt, ne? Dann stürzt alles ab. Ja. Okay, dann müsste ich vielleicht da mal umstellen. Dann könnten wir das vielleicht angehen. Das wäre natürlich vielleicht jetzt gar nicht so blöd. No. Wir brauchen doch da unten nicht diese Plattform. Doch, dann können die Schleims nicht mehr hier hochklettern. Achso. Das ist ja dein ganz... Ne? Also brauchen wir sie sehr wohl. Brauche ich jetzt diese Elevator-Blocks, meine Güte. Brauche du mal Elevator-Blocks. Eigentlich Teleport-Blocker, aber gut. Brauche du mal Elevator... Ja, danke. Sehr, sehr nice. Danke. Diese Funktion ist... Diese Funktion ist super. Alter, der hat... Ich hatte fucking 26 Level. Sagt der, der mich mit 40 Leveln im Bogen abschießt. Weißt du? Hallo, was baust du denn den Kack einfach ab? Hallo, ich wollte meinen Stift abbauen. Hups, Alter. Ja, aber du hast noch nicht mit Ohr-Exkervator. Natürlich. Nein. Natürlich nicht. Ach. Oh, jetzt kommen wir die Schleimste wieder hoch. Alles voll. Ah, Elite-Schleims. Mein Problem. Ja, noch nicht. Alles sind das viele. Mal, kommt auch da ab, ihr Kackviecher. Ah, da werden wir mal mehr. Chrom-Zufuhr. Strom. Haben wir Strom? Doch, wir hatten die komischen Dinger, ne? Den komischen, wie heißen sie denn? Äh, Magma Crucible irgendwas, ne? Magmatic Dynamos. Ah ja, genau. Magmatic Dynamos. So, ich muss immer sorgen, dass hier keine Schleims mehr hochkommen. Das wäre schon mal viel wert. Weil die nerven nämlich tierisch. Die nerven zwar auch da unten, aber zur Not stellen wir da einfach einen Sound-Muffler hin. Dann hören wir die nicht mehr. Weil die können wir nämlich auch bauen. Schöne Nacht, gut. Den baue ich aus Invar. Alter, scheiße, wir fahren nochmal Invar. Äh, da brauchen wir auch so eine Smeltery für Invar. Jetzt muss ich auch erst eine Smeltery bauen, weil du es nicht hängig kriegst. Ich krieg's ja hin. Die Frage ist halt nur, wo. Irgendwo. Ja, wohl wahr. Irgendwo wäre schon mal gar nicht so schlecht. Am besten aber auch dann unter der Erde erstmal, oder? Ich baue die jetzt einfach irgendwo hin. Baue die doch, ähm. Und ich baue auch erstmal nur so richtig provisorisch. Reicht ja. Baue die doch hier unten, wo ich schon mal da gebuddelt hab. Einmal kurz. Also da, wo auch das komische andere Maschinenchen steht. Abhobe Maschinenchen. Ich könnte ja auch mal hergehen und die komischen den, den Trinkubator bauen, oder? Ich baue den jetzt auch mal einfach, den Trinkubator, damit wir weiter, äh, Pemmikons kriegen. Vielleicht mal keine blöde Idee. So, was brauche ich denn nochmal dafür? Maschinencontroller. Und vier Maschinencasing. Zack. Ob nicht unser Pods? Sechs Stück? Ne, das ist mal halt weiter. Ich will die Pump. Da ist die Pump. Small Item Input. Wunderbar. Äh, sechsmal Small Item Input. Einmal Energy Output Hatch. Und Item Output. Small Energy Output Hatch. Small Item Output. Und, warte mal noch. Reinforced Fluid Output Hatch. Natürlich. What else? Wo bist du jetzt hin? Von nach unten. Von der Lava. Ich wäre jetzt, ich wäre jetzt hier oben nur hingegangen. Ja, aber, weißt du, ich kriege dann gleich Lava. Ne? Ach so. Ja, okay. Klar, ich kann es eher gebrauchen. Oh. Ich habe Ember irgendwas gefunden. Was ja eh nur provisorisch ist, ist ja. Ne? Wohl wahr. Jetzt bin ich natürlich eine Ebene tiefer, so eine Kacke. Nehmen wir ausgleichen den Boden. Und ich bin auch rausgefunden, wie der in was für komischen Sphären der hier die Linger baut. Ja, baut. Boah, dass man die Schleims hier immer noch hört. Ey, ist so nervig. Bin eigentlich tief genug unten, um Schleims nicht mehr zu hören. So. Ich brauche auf jeden Fall in der untersten Ebene, ähm, Machine Casing, Machine Casing, und drei älter Menschen. Ja? Ja, das sollte man spielen. Aber da ist einer, der denkt, man ist doof und, ne, weil im Chat steht, donate es und so. Er hat ja recht, du bist ja auch doof. So spiel ich mit dir. Weiß ich auch nicht. Da haben wir nochmal noch. Ähm, die Bonsai Pops da drauf. Hier drüber, die Dinge, okay. Machine Casing oben drüber. Zack. Und zack. Nein, ich bin nicht in Englisch, ich bin in Englisch. Du hast? Ja. Du hast mir nie gesagt. Oh, warte, ich muss das nochmal abbauen. So. Wie bauen wir jetzt hier ein doofes Metal rein? Just do it. Ich mache meine Zuschauer gerade wahnsinnig mit Slime Hopping. Vom allervergessen. Ist richtig unerträglich gerade hier. So. So, dieses Mal mache ich da einen vorher. Komm, die Reihe nehmen wir auch noch aus. So, Machine Casing. Hier und hier. Hier und hier. Und dann haben wir vorne das Teil und den Machine Controller. Das Teil und den Machine Controller. Bam. Und dann haben wir noch Unten den Energy Output Hatch. Und oben den Item Output. So, war das jetzt richtig? Yes, it works. Obviously. So. Rezeptbuch da rein. Trinkivator. Und dann brauche ich Saplings. Und jetzt gehe ich jetzt mal die fucking Schleime klatschen. Weil die nerven mich ohne Ende. Die sind gerade sort von ätzend. Wir werden nie wieder ein Problem mit Schleimwellen haben. Das ist ja klar, ne? Ja. Ah, Hund. Kommt einfach mehr. Warte mal. Nee, boah, das ganze ist so rum. Scheiße, kannst du mir mal den Fluid, den Tank von das Mettfuh runterwerfen? Äh, ich bin grad draußen. Geht grad schlecht. Ja, aber du bist ja noch näher da als... Hallo, du bist dreimal schneller, wenn du nur nach oben guckst. Ja, aber dann kann ich grad nicht weiterbauen, weißt du? Ah, Elite. Warte. Ja, ist ja auch egal. Du brauchst ja nur eben mal kurz hochflitzen und dann bist du sofort wieder unten. Und dann einmal fallen lassen. Dafür hast du halt extra so gebaut. Ja, aber dann kann ich trotzdem in der Zeit nicht weiterbauen. Aber ich muss ja gerade Schleims töten. Tja. Niemand interessiert dich für deine Schleims. Doch. Weil die nerven nämlich ohne Ende. Äh. Woll ich jetzt eigentlich zumindest, ähm. Was denn, was wolltest du haben? Die, die Tanks von der Smeltery. Tanks von der Smeltery. Welche Tanks? Die Tanks. Äh, Tanks? Damit da Lava reinkommt. Hast du die nicht schon dabei? Nein. Weil ich seh die nicht. Ich hab hier noch Drains. Und ich hab noch Magnetic Dynamos und Trend Fluid. Ich hab nur die Windows. Und Faucets hab ich. Ich hab Windows, Drains, Faucets brauche ich übrigens auch. Und, und die Casting-Dinge. That's all I have. Also ein Casting-Table kann ich dir geben. Machine Casing. Hier ist noch mehr Seared Bricks. Ne, die musst du dabei haben, wenn die nicht in der Kiste hier drin sind. Die in der anderen Kiste? Eigentlich nicht, ne. Dann guck ich gleich selber nochmal. Warte mal, ich guck nochmal in die Kiste. Also, die Dinger sehen aber auch aus wie die Fenster, ne? Ist dir klar? Yeah, ich hab grad nochmal extra geguckt. Ich hab Seared Window und Seared Window. Okay. Dabei. Oh, scheiße. Ich hab's. Fuck. Siehst du? Guck mal. Sieht nicht so aus, wie ich erwartet hab. Sie waren, sie sahen nicht ganz so aus wie ein Fenster, wie ich dachte. So, ich hab dir gerade Faucets runtergeschmissen. Ah, toll. Die fallen natürlich genau auf die eine Stelle Wiese, die noch da ist. Hä? So, jetzt fallen da gerade Faucets runter. Äh. Und jetzt hat man schon wieder ein Schleim da wegen dir. Ah. Wollen wir auf die ganze Zeit rumzuheulen. Die nerven. Du nervst auch. So, ich wollte Saplings holen. Was hol ich hier für Saplings? Eigentlich egal welche, ne? Dead Sapling. Super Idee. Definitiv. What could possibly go wrong? Okay, ne. Machen wir mal Great Wood. Okay, den vielleicht nicht. Ich glaube, der ist übertrieben. Ähm. Wobei, proben wir mal aus. Vielleicht funktioniert der auch gar nicht. Wo sind denn die scheiß Saplings alle hin? Hier sind welche drin. das ist natürlich funktioniert soweit. Ein Oak Sapling. Ein Fur Sapling. Ein Spruce Sapling. Ein Great Wood Sapling. Und dann nehmen wir noch das auch nochmal Oak. Ich hatte doch irgendwo die Saplings reingepackt. Hier nicht. Ich put, I did put them somewhere. Aber ich fürchte, die sind alle in der, in der Kiste verreckt. Die Saplings. Wir hatten ja ohne Ende Orangen Saplings und so'n Kram. Wenn du dich erinnerst. Schön, dass ihr das gar nicht interessiert. Natürlich. Ich kann das genauso gut wie du. Äh, was wollte ich machen? So, ich wollte Tin einschmelzen dann. Alles klar. Und eh nochmal hoch. Weißt du, du musst mich dafür gerade hast. Hi. Nicht mehr als sonst. Das hält sich noch alles in Maßen. Ja. Okay, das geht. Äh, der Great Wood, den kann ich eh nicht draufpacken. Das funktioniert aber. Bringst du nochmal ein Sapling mit? Was für ein? Ist egal. Ich kann ihn ja selber holen. Irgendwo sortiert. Ich hole mir schon einen. Pass, John. Ich hole mir schon selbst einen. Ich gucke noch parallel nach den Sachen, die ich brauche. wie zum Beispiel. So. Ach komm, ich nehme einfach mal alle Ohren mit, die ich kenne. So, ich habe gerade mal dafür gesorgt, dass wir nicht verhungern. Das ist ein sehr guter Plan. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Ja. Weil wir haben jetzt auch gleich wieder, oder wir haben dann auch wieder Biodiesel und wir haben dann wieder Pamukken und wir haben auch hier Energieproduktion. Also wenn wir Energie brauchen hier unten, kommt ein ganz kleines bisschen raus durch die komischen Bäume. Wir haben auch einfach Energie, weil wir da unten Lava haben. Ja, ist schon klar. Aber hier oben wäre auch noch Lava. Aber das ist halt auch nur. Wir haben auch noch zwei Energiezellen mit 1,25 Millionen RF, die komplett voll sind. Stimmt, da war ja was. Die einfach da rumliegen. Hi. In der Kiste. Also von daher, wir haben genug Energie. Das ist nicht das Problem. Also Energie ist definitiv nicht das Problem, das wir momentan haben. Wir müssen das nur nutzen. Das macht eigentlich mein Nutrition. Oh. Grain und Dairy haben wir voll wenig. Weil das nicht in Pamukkans drin ist. Ja. Den Rejuvenator brauchen wir momentan nicht, oder? Ne. Gut, weil dann baue ich den jetzt gerade nicht. Ich brauche primär Tin. Tin. Rinn. Rinn-Tin-Tin. Boah. Beim Ernst. Ah, okay. Ich sehe, du hast die Kisten hier bereits durchsucht. So wie mir scheint. Tin brauchst du? Oh, kommst du ne. Ich hab da alles mit, was ich brauch. Eigentlich. Pass. Ja, ist ja okay. Ich hab mir nur noch eben gedacht, was ist das denn hier für ein Konstrukt? Die ich hier mitnehmen kann. Die Smalchery jetzt aber ein bisschen größer bauen können, ne? Ja, das mach ich gerade auch noch. Molten Tin. So, so. So, so. Molten Tin. Ich dachte mir nur, ne? Why? Aber jetzt, jetzt hab ich mir halt dann gedacht, ich kann ja auch einfach gleich alles einschmelzen, was wir haben. Ja. Ah, guck mal, da sind schon eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke, sind aber schon Cobblestone geworden. Hier in der, in dem Lava-See. Der wird ja auf kurze, lang wird der zu normalem Stein. Ne? Ich glaub, wir hatten immer diese ganzen Fenster genommen, deswegen, äh, hatten wir viel mehr. Ich, ich, wie gesagt, ich baue hier immer noch richtig hässlich. Ja, seh ich. Ich sammle mal ein bisschen Erze. So. Und die ich grad so drankomme. Ach, scheiße, ich hab noch was oben vergessen. Toll, vergess doch mal die Hälfte. Ist das hier Quarz? So, warte mal, was haben wir denn hier so auf dem Map? Äh, Cave Layout. Guck dir mal dieses tolle Redstone Konstrukt an, das ich dir grad eingestellt hab. Du hast ein Redstone Konstrukt? Wo? What the hell is this? Es macht doch keinen Sinn. Du pumpst Strom, ey, da kommt ein Creeper. Ein echter Creeper. Oha. Ah, ne Hexe. Kommt hin her. Holy shit. Bitte mach nichts kaputt da unten. Ja, hallo, hinter mir ist ne Hexe gespawnt. Ich denk, warum lacht der Creeper auf einmal? Ich weiß nur, wie hoch die herkam, die alte. Auf einmal lacht der Creeper. Und ich hör schon wieder einen Enderman, aber seh nie einen. Welchen Element kommt, krieg ich wieder einen Herzinfarkt? Halben. Und dann ganz. Oh, jetzt ist der Creeper hier. Okay, den Creeper kann ich one-hitten, das ist schön. Alter, Vergiftung, kannst du mal bitte aufhören. Reicht jetzt auch. Ich sag, der reicht jetzt auch. Wir haben jetzt aber Gunpowder. Oh, Gun. Danke, darf ich mal was essen? Toll. Mach ich, fall irgendwo runter. Kannst du mir vielleicht irgendwas zum Einpacken mit einem Scheißen? Zum Einpacken? Ja. Amazon mitnehmen, bitte. Kann ich dir nicht folgen. Kann ich mir auch nicht. I know. Das liegt der Einzige. Oh, fuck. Creepy Monster. Tell you. You're not a fan. Und ich bin schon wieder verkackt noch mal vergiftet. Ah, Story of my life. Shit. Ich bin jetzt raus. Ich hab Diamanten. Auch mal. Ja, ich hab gerade Ohr-Excavating gemacht und hab einfach mal komplett mein gesamtes, mein gesamtes Hunger, meine gesamte Hungerleiste einfach mal verballert auf einen Schlag. Ein-Nau. Hm? Ein-Nau, das ist das Normale, wenn man das Ding benutzt. Ja, ja. Äh, hol doch die Redstone-Clocks und einen Hopper. Und eine Kiste. Ich hab einfach jetzt einen wooden Storage-Crate geholt. Ja, aber dann kannst du die automatisch ablaufen lassen und da reinpacken. Brauch ich nicht. Gut, wenn du das sagst. Wenn schon raus. Ja, wenn du meinst. Warum essen wir was zu essen hier? Gibt es hier noch irgendwas drin, was Sinn macht? Das ist Vegetables. Fruit and Vegetables. Nur Proteine. Proteine? Roßfleisch. Geistleber. Natürlich. Obviamente. Ich brauche eine Crafting-Bench, glaube ich. Haben wir nicht eine? Oh, ich hab noch 34 Slack von Wait a minute. Wait a minute. Können wir hier noch irgendwo eine Werkbench rumfliegen oder so? Haben wir hier eine? Wir hatten zwei, das weiß ich. Ne, das ist eine Crafting-Station. Doch, ich brauche die Crafting-Station mit. Ja, nimm ruhig erstmal und sammel ruhig alles ein. Wir brauchen das bestimmt eh nicht. Weezen. Äh, irgend so ein Hammer war das. Ich brauche der hier. Habe ich den mitgenommen? Ja, den habe ich mitgenommen. Ich bin doch ein guter Mensch. Hm. Ich brauche ganzen Stack Gravel und ich brauche jede Menge Clay. Den hingepackt. Den Gravel und den Clay wahrscheinlich hier rein, würde ich vermuten. Andesit. Clay. Hier sind Clay-Blöcke. Ich wollte jetzt eigentlich normalen Clay. Ich kann auch die Enderperlen gleich mit runternehmen können. Komm, scheiß auf den Slack. Ich brauche den jetzt nicht. Ich sammle jetzt Stuff. Brauchst Enderperlen? Ja, ich brauche Enderperlen, Wolle und übertreibend. Mein Stein und Redstone. Hm. Und Treated Wood. Natürlich. Ja, was auch sonst, ne? Bring mal bitte. Ja, ist klar. Ja, geh mal, geh wir das mal bitte anschauen. Ne, warte, ich schaff's dir anzuhauen. Ich wüsste noch nicht mal, wo ich die scheiß Enderperlen finde. Ich bin da immer noch dabei, zu gucken, wo die sind und ich habe immer noch keine gefunden. Von daher, tobt die aus. Ich gehe mal ein bisschen Stuff sammeln unten. Dann habe ich die Folge gar nicht angefangen. Sieben nach. Sieben, vierzehn, einzwanzig, wir haben schon dreißig. Okay. Wir haben ein Problem. Was denn? Eins. Wir haben nur noch zwei Enderperlen. Ja, weil du die, die ganzen, in die Kiste mit dem Stuff reingeworfen hast. Was kann ich denn dafür? Der verballert die sofort. Ich wusste nicht, dass das so funktioniert. Wie soll es denn sonst funktionieren? Ja, wir brauchen jetzt auf jeden Fall mehr Enderperlen. Ja. Geh mal Enderperlen sammeln. Du hast doch die ganze Zeit irgendwelche. Enderperlen waren voll einfach zu kriegen, im anderen Level. Ja. Ich höre schon wieder irgendwas lachen. Problem ist, ich sehe nichts. Dabei lache ich doch gerade gar nicht. Oh Gott. Ne, ist irgendeine Hexe. Also doch du. Okay, hier ist wenigstens hell. Uh. Order Crystal. Die sind ja geil. Diese leuchtenden Kristalle in der Wand. Ich weiß, sie sind voll viel und voll normalo und so. Ja, und ich habe gerade Wasser gefunden, schwarz. Was ist da oben? Malachit. Okay. Also, um Erze brauchen wir uns aber echt keine Sorgen machen, gerade, ne? Du sagst, du brauchst Tinten, ich habe nur welches gefunden. Nein, ich brauche keinen Tinten. Okay. Fünnen welches braucht es? Ja, ich habe es nur gesucht, wo es ist. Ich könnte dir ungefähr 100 Millionen Lapis Lazuli mitbringen. Ich brauche keinen Lapis Lazuli. Nein, okay. Ich brauche Tweeted Wood. Tweeted? Twitter Wood. Tweeted und Slimes freue ich auch. Ups. Your fingers tingle strangely as you handle the crystal. What does it mean? Maybe some rest will inspire you. Sagt der mir gerade, ich soll schlafen gehen? Na gut. Dafür, dass wir jetzt halb zwei morgens haben, vielleicht hat der nicht Unrecht. Vielleicht sagt das Spiel genau das, was ich tun sollte. So, aber die Smelltree sieht doch schon nice aus. Okay, wir brauchen allgemein ein bisschen mehr Stuff. Ja, ich brauche mehr Stuff. aber Folge ist vorbei, deswegen hören wir jetzt erstmal auf. Ich baller erstmal alles hier oben rein. Wadabada, 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 wadabada. Wie viele Diamanten habe ich hier nicht gefunden? Ah, sechs, immerhin. So, wir haben eine unglaublich riesige Menge an Schleimen und an Bären und allem anderen Crap. Aber, jetzt gehen wir erstmal ins Bett, also ich zumindest, denn die Folge ist wieder vorbei. Wie üblich, like, comment und subscribe und have a nice Goddamn day.